Und wir spielen heute noch so oft an Anurader, In-Inurader? Anna-Adder? En-Raidar! Mega vielen Dank für deinen Follower und herzlich willkommen! Ich weiß nicht, wie man mit einer langen Arsch sprechen soll. En-E-Rad-er... Me too! A-Nar, uh, an... En-A-Radar? A Narrator? A Narrator? Coming in. Ennerader. Thank you. Welcome. Welcome to the stream, buddy. Ennerader? Ennerader? Let me know if I'm holding that name. Sorry, dude. Moin, Enner. Oh, Ennerader. Wie geht's dir denn? Alles klar? Ennerader. Hallo. Am Motorenparadies? Was? Ja. Das Ganze rechts hinten. Moin. Ah, ich hör' euch laufen. Ja. Ja. Ah, ja. Sind wir nicht. Ach so, okay. Ja, genau. Ah, ich hör' euch laufen. Famous last words. Na, 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 na. Die, 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 die berühmte, die letzten Worte sind immer, bist du das? Ja, genau. Oder, oder rennt einer von euch? Habt jeder eine M4 und seid voll equipt? Ja, genau. Hey, Alter, warum hast du eine M4 und sagst nix? Warte. Da kommt einer. Da kommt einer. Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Wo? Richtung Toschanka-Regale. Äh, 11 Uhr. Wo? Den Gang entlang, die, die außenwand entlang, leicht links. Ja, vor dem muss es sein. Oder hab' ich ihn? Ich hau' ne Granate hinter. Blendgranate. Okay, da mischen welche mit. Äh, Hilfe. Haarbein. Haarbein hinter dir. Ich bin, ich bin grad bei den Regalen. Ja, ja, ich hab' den hinter dir abgeknallt. Alles gut. Äh, da kam Vollauto von rechts, Leute. Ja, das hinter den Regalen ganz rechts, ne? Bleib. Bleib. Der ist hinten in der Ecke noch. Bleib mal zurück, ich werf' ne Granate hinter. Mhm. Ich werf links eine Granate. Nicht schrecken, ich werf links eine. Boah, die gehen genau da hinten hoch. Steppst du? Du gehst grad vor, gell? Ja, ich geh grad vor. Was ist da? Ist er weg? Ich seh' hier nix. Da war definitiv noch einer, hinten. Ja. 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 Ja, Leute, ich bin tot. Er sitzt hinter ner Box. Er gibt ner Headshot. Mit ner Schrotze. Wo? Ganz hinten an den letzten Regalen, da wo der Motor immer spawnen kann. Da sitzt er hinter ner Box mit ner Schrotze. Okay. Jetzt hör' ich draußen auch Schüsse. Bitte saft mein Zeug, Alter. Bitte. Noch innen im Udi oder außen? Ihr müsst vorpushen. Der holt sich sonst keine Sachen. Ah! Ich seh'n. Ah, bin tot. Leck mich doch am Arsch. Weiß. Nein, da gibt's noch. Robin. Alles tot. Ja. Aber weit drüber. Das sind ungefähr 500 Meter sind das ungefähr. Ah, der ganze in dem Eck ist er. Ah, oder? Okay, dann schießt schon drüber. Ich würde eben warten, bis er stehen bleibt. Ja. Kannst du vielleicht kurz warten? Hab' er runtergelaufen. Der ist wieder weg. Ah. Jetzt ist er auf dem Anbau. Das ist glaub' ich gar kein Player. Ich glaub' das ist ein Scav. Das ist ein Scav-Player. Der Scav läuft ja nicht hoch. Ja. Nein, Scav-Player, jaja. Also kein PMC. Ja. Nettes, nettes Detail. Ich geh' hier ja auf Metall und wenn ich schieße, dann fällt die Hülse runter und das macht Plank auf Metall. Das ist auf Metall, ja. Das ist so geil, dieses Spiel. Das wär' der Remington auch richtig geil. Mit dem Nachland und so, das hab' ich auch schon bemerkt. Der an der Kuppel ist auf jeden Fall weg. Naja, der hat sich verpisst, der hat Angst. Hab' ich ne Wesentlich verjagt. Der Stream ist an. Naja, warum seh' ich ihn nicht? Warte, der steht da wieder? Ah, da ist ein Scav, ja, ich seh' ihn. Wo siehst du ihn denn da? Bei den Sandsäcken vor dem Bahnhof. Ich glaub' der ist umgefallen. Der Sandsäcken vor dem Bahnhof. Ja, ich steh' grad' ein Stück unter dir. Nicht erschreck. Ich hab' grad für jeden Fall einen Scav hab' ich. Ja. Ich glaub' ich hab' einen. Oh, sorry. Der Tektor ist schon verdammt weit weg. Da seh' ich nur, wenn was laufen und auf Schießen brauche ich auf das der Trug nicht mehr. Also im Bahnhof müsst ihr aufpassen. Da läuft grad' noch einer rum. Mhm. Direkt in drin ist der Boss selber, glaub' ich. Das kann aber eigentlich nicht sein. Ich hab' ihn auf 150. Minus. Ja, ich kann von meiner Position bis nach vorne gucken. Also falls er hier reinkommt, weiß ich nicht. Vielleicht krieg' ich ja einen Hit auf ihn. Ja, dann schrei einfach. Dann schmeiß' ich mich hin. Ja. Ja. Genau, das hab' ich auch grade gedacht. Raider Minus. Nächste Spiele. Heiliges Kanonenrohr. Hä, wo ist nochmal das Blut an dem Van, wo sich nur hinlaufen? Ähm, an der rechten Tür. An der rechten Schiebetür. Geht ganz blöd aufzunehmen. Naja, habt's. Ja. Ficklich. Ficklich. Ja. Hm. 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 jetzt ist hier noch ein spieler ich habe ihn alter was sagt die chefin das problem ist jetzt die straße sehen läuft einer ja hat man naja fuck alles ab den minus 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 es war der der mit der fks ich lauf hin das war glaube ich sogar ein spieler minus hier kommt scheinbar kein spieler mehr vorbei außer wir waren sehr schnell wir waren verdammt schnell ich sehe den schneider hügel also von der anderen seite von der ding ich bin auf der gegenüber liegenden seite und eben da auch hin ich habe die kreuzung jetzt nörder hügel und das pier sehen also alles wird mir etwa mal die kids mobs check einer ab und zu haben wir noch hinten eigentlich da ist doch einer drauf geil geil hört ihr wieder manu in rohr kriegt ja geil da jetzt gar nachtsicht aufgabe das darf man nicht film du du kriegst gratten hat spieler hat ja ja wir haben schön gleichzeitig drauf geschossen auf der straße irgendwo ihr seid nicht an den sniper stein drüben ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen nördlich in dem busch und guck richtung e-werk und ich bin rechts an der küste auf dem stein und guck richtung baustelle ich guck richtung nördlich tankstelle wer schießt hier bei mir ist spieler scuff wo auch keiner ja hier vor mir ist ich sehe dich auf dem felsen ich sehe dich auf dem felsen ich sehe nicht ich weiß nicht ob ich ihn habe ich bin das hier unten ich bin das hier unten da oben läuft mal alle da läuft glaube ich einer nicht da der läuft doch da ich höpfe ich habe ich die ganze zeit versucht zu identifizieren leute und ich sag wirklich dann wirklich mal ich habe das habe ich nicht gehört ich habe die ganze zeit auf den angehalten wollte aber nicht mit dem vierer scope er hätte irgendeine schallgedämpfte waffe gehabt wir kommen zurück alter welcher kleine durch hat gerade auf mich geschossen willst du mich verarschen irgendwer hat eben wen ins fuß geschossen ich habe es gehört kam der schoss nicht von der entfernung eher ich bin schon gestorben ich weiß gerade nicht ich weiß nicht ich kann ja ich habe geschossen da liegt einer unter wo ich bin raus what the fuck da haben wir in der nähe da oben auf dem berg schoss der der wollte uns für mich verarschen ja da kriegst du schon hin doch alter kill ihn bitte seid ihr alle raus oder was wir sind raus war schon der erste der raus war oh man ey ich bin direkt außen wie es war raus zu dem ding und hab ich glaube offen ist und bin gleich liegen geblieben während ihr noch zum bunker gelaufen seid ja ja nie gott oder Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017